Wie weit, wie weit reicht dein Leben? Daniel Harter ist nun schon seit über zwei Jahrzehnten in Deutschland unterwegs, um durch Musik den Menschen Gott näher zu bringen. Wie weit, wie weit reicht dein Leben? Gleichzeitig hat er eine große Leidenschaft für Anbetung und hat es sich mit seiner Band Loben zur Aufgabe gemacht, neue deutschsprachige Anbetungslieder in die Gemeinden zu bringen. Als Lobpreis-Coach gibt er zahlreiche Seminaren in Gemeinden, gibt Schulungen und hält Vorträge. Er ist mitverantwortlich für das Wiedenester Jugendliederbuch und das Feiert-Jesus-Liederbuch. Ich bin Gottes Kind, ja sein Kind.